... der Verlängerung. Noch einmal Parenzin, noch einmal Sundi und noch einmal Terrode, Terrode, da ist es! 120. Minute, 0 zu 1, die Erlösung für Union Berlin. Es ist die glücksbringende Explosion. Und es war so knapp, ganz knapp, war es kein Abseits. Terrode bleibt gerade so zurück. ... in allerletzter Minute. Simon Terrode befreit Berlin und bedient Rot-Weiß-Essen. So tut Fußball weh, Waldemar Wrobel und der Gegentreffer. Und das war's, das Pokalhaus wiederholt sich nicht. Union Berlin gewinnt nach Verlängerung mit 1-0 in Essen. ... das war's. ... Untertitelung des ZDF, 2020